Du, äh, hast du mich geweckt? Nein, ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Was machst du denn da? Ja, das sei... Ich habe dich die Arbeit bestellt. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Sie sind unglaublich. Ich habe geschlafen mit meiner Freundin. Verstehen Sie das? Geschlafe. Geschleu-af. Äh, für die Affe. Hört sie einfach zu, ich bin da im Badmantel. Schauen Sie mich doch an, ich bin im Badmantel. Ich kann nicht noch mehr ankommen schlafen. Ich habe keine Privatsphäre mehr, seit Sie mir in das Leben versaut haben. Leben! Versauten? Jetzt lassen wir zu, eine halbe Portion. Ein oder drei. Alright, let's talk a little bit. Well, let's talk. Ich werde von hinten. Hör mal auf mit dem scheinen Starwatch. I just wanted to speak a little English because, uh, you know, you... Oh, das ist mir gleich. Ja, because I am... Because you are a fucking distant people, you are a sex priest, okay? Jetzt legen wir die Fakten auf den Tisch. Die Fakten auf den Tisch ist, dass ich... Schwul bin. Nein. Also, hören Sie, es ist eine lange Gesicht. Toni. Wo ich von diesem Abend, ich habe... Markus, oder? Wo drückt mich an? Eben. Alle sagen wir Toni, ich weiss nicht. Das ist, glaube ich, ein geiler Name, oder? Um zu sehen, wir sind Toni. Ja, zweimal haben sie mich schon gesagt. Okay. Jetzt zum dritten Mal wird es ein bisschen hart. Innerlich spürt man da einen alten Fokus. Markus. Ja, einen alten Instinkt. Das ist schon noch effektiv. Also, schau Toni. Toni. Meine Grimassen werden immer schlimmer. Ich, oder? Der Markus. Er weht nicht. Du, Toni. Ich. Wolltest du mir noch einmal Toni sagen, dann reisst er deine Warte ab. Verstanden? Ja. Das ist echt wehlich. Ja, ich steuere jetzt. Markus, schau. Ich sage dir nicht mehr Toni. Ja, ich sage dir Toni, du... Ich kenne dir mein Buch. Markus, schau jetzt. Ich kenne dir mein Buch, das ist ja nicht möglich. Markus. Ich sage dir zehnmal Markus, dass du weisst, dass du Markus heisst. Markus, 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 Markus... Markus. Markus. Markus, Markus, Markus. Es war mehr als zehnmal, egal. Du heisst Markus. Ich heisse Benito. Sag mal Benito. Benito ist ja ein völliger Schwachsinn. Du bist der Anders, ich bin der Joy. Nein, das geht zu weit. Das geht zu weit. Ja, für mich ist das kein Problem. Nein, schau jetzt Toni. Toni. Toni ist jetzt so. Toni. Äh, Markus. Ah, Entschuldigung. Ich gehe jetzt schlafen. Tut mir leid, ich habe das Leben. So jetzt. Jetzt schau nicht auf und mach den Otto los. Ich bin der Markus. Du bist der Caprese. Da kann ich nicht, wie du heisst. Es ist gleich. Ma, Caprese. Das läuft. Caprese. Das ist gar nicht lustig. Du kannst mir nicht mal helfen. Ja, jetzt. Du. fadet noch die Kamera zu dir. Vater im Himmel. Hu, 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 Hu. Piraten. Kommt noch. Okay, es tut mir leid. Das ist der Marcel. Schau. Ich versuche das gut zu machen. Okay. Ich nehme Zervi drauf. Ja, denk es. Denk es. Denk es. Wolltest du schon einen Drink? Oder? Ja, gar nicht lustig. Also, ich nehme einen Drink. Für mich. Also, eines Drink für mich. Eines Drink für ihn. Das ist okay. Eines Drink für mich. Eines Drink für ihn. Eines Drink für ihn. Eines Drink für ihn. Nicht anders. Ja, jetzt hat es aber niemand gehört. Eines Drink für mich. Bitte. Okay, reden wir weiter. Eines Drink für ihn. Bitte. Ich kann es nicht mal richtig sagen. Okay, also. Eines Drink für mich. Eines Drink für mich. Eines Drink für mich. Und Eines Drink für ihn. Was? Eines Drink? Möchtest du gerne? Okay. Also, einer für dich. Einer für dich. Einer für dich. Oh, halbe Portion. Einer für dich. Einer für dich. Einer für dich. Du wirst wegen Hochverrat. Tauscht es du dafür? Nein, polizei. Tauscht mir. Tauscht mir den Drink. Du bist sofort festgenommen. Aufstehen. Du bist doch wahnsinnig. Spinnst du? Ah, darum bist du bei mir. Weil du spinnst. Spinnst du? Spinnst du auch nicht dich? Du bist wahnsinnig. Schau, wir müssen etwas ausarbeiten. Einer Drink für mich bitte. Einer Drink für mich. Jetzt kommt mein Sonntag eigentlich nicht. Also, schau. Heisst du? Was bist du für ein Biss, Elke? Jetzt bleib doch noch mal. Bleib doch noch mal. Oh, oh, oh. Ganz easy, ja. Hey, jetzt reicht es mir nicht. Self partition. Ich bin nur ein Psychiater. Wissen Sie das eigentlich? Nein. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Oh, meine Grimasse. Web, pep, pep. Ja. Also, ich meine natürlich nein. Wenn ich ja sage. Das ist eben eine Psychiater-Taktik. Wenn man ja sagt. Ja. Also ja, für sich. Du willst mir eine nachschnauden. Wo komm jetzt? Ich kann jetzt ein Buch erzählen. Da, Drink für mich. Goppertami. Und darum möchte ich schauen mal die Jungfrauen an dort. Die schauen dich die ganze Zeit an. Einer ist Drink für mich. Fantastik.